Ach ja, jetzt, wo es aus ist, kommst du hier angeschissen, oder was? Adi! Adi! Adi, was hast du denn? Du siehst schon wieder aus wie so ein Penner. Ja, ich hab geschlafen. Ja, dann wärst du halt drüben geblieben. Na, du hast doch gerufen. Dann regst du dich wieder auf, wenn ich drüben bleibe. Nö, diesmal wär's okay gewesen. Ja, warum fühlst du mich eigentlich? Lass mich in Ruhe. Aber Adi, wo willst du denn hin? Adi, was machst du denn? Adi, das ist doch ein Teppich. Hä? Warum liegt der Styropor rum? Das ist kein Stroh. Ich hab auch Styropor gesagt. Ja, aber mach doch jetzt endlich aus. Es ist mir unangenehm. Na gut, der Adi möchte nicht mehr. Das heißt, wir stellen uns wieder da hin. Und sehen uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.